Was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start und im heutigen Video habe ich mal wieder die neuesten Informationen rund um GTA Online für euch denn bevor jetzt das neue DLC am Dienstag rauskommt hat Rockstar Games mal wieder ein neues Event Wochenende rausgehauen dieses geht noch bis zum sechsten sechsten und nennt sich kriminelle Expansion und in diesem Event Wochenende bekommt man mal wieder richtig fette Rabatte ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mal damit an dass jetzt jeder kostenlos VIP werden kann und nicht dafür eine Million Dollar auf seinem Konto haben muss außerdem kosten alle VIP Fähigkeiten jetzt nur noch die Hälfte und es gibt wirklich richtig fette Rabatte wie zum Beispiel 50% Rabatt auf alle Yachten außerdem gibt es 50% Rabatt auf die Limousine mit Geschütz es gibt 50% Rabatt auf alle Helikopter aus dem Executives and other criminals DLC und es gibt 50% Rabatt auf alle Waffen aus dem Executives and other criminals DLC außerdem gibt es noch 25% auf einige Autos zum Beispiel auf den Verlierer und auf alle vier Modellvarianten des Benefaktor Schafters außerdem gibt es noch 25% Rabatt auf alle Bekleidung aus dem Executives and other criminals DLC und es gibt eine Eventspiele Liste mit doppelter RP die ihr ganz einfach im Start Bildschirm von GTA Online starten könnt indem ihr dort Viereck drückt auf jeden Fall schon mal ein richtig gutes Event Wochenende für alle Leute die gehypt sind auf das DLC welches am Dienstag rauskommt könnt ihr euch noch ein paar Schnäppchen schnappen und euch auf das DLC freuen werde ich auf jeden Fall auch machen schreibt doch mal eure Meinung zu diesem Event Wochenende unten in die Kommentare und ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus wenn euch das Video gefallen hat dann würde es mich jetzt übelst freuen wenn ihr den Like Button mal wieder so richtig verprügeln würdet und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut herein und ciao